1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Die selbe Figur einmal von der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Wir gehen mit einem kleinen Armschwinger in eine schöne Pose. Die Dame soll an die rechte Seite des Herren und wir ziehen den Ellenbogen in das Paar hinein, aufpassen, dass wir sich die Dame treffen und schieben den Ellenbogen über den Arm der Dame hinüber. Einmal schauen, 1, 2, hier oben drüber und dann geht die Dame rechts an uns vorbei in eine kleine Pose. Wir verzögern über 3, 4, unten, was ganz nett aussieht, einen kleinen Point mit den Beinen. Da haben wir beide dieselbe Beinlinie. Die Dame dreht wieder zurück, einmal mehr, sodass sie in einen Brezel dreht. 1, 2 und 3. Hier macht der Herr ausnahmsweise keinen Rückplatz, sondern eine Vorwärtswiege mit einer kleinen Gegenbewegung wollen wir wieder in dieselben Pose, allerdings mit einem Schal. 1, 2, ja, andere Armaktion, wieder der Point. 3, 4, die Dame dreht raus. 1, 2 und 3 ist wieder im Brezel und wir lösen das ganz normal mit einer Unterarmdrehung auf. 1, 2 und 3. 1, 3. 1, 4, die Dame dreht raus. 1, 4, die Dame dreht raus. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 13, 11, 14, 12, 14, 14, 17, 18, 19, 20, 14, 19.